hallo leute zur zweiten folge von minecraft kernkraftwerk mit dabei sind jetzt leider nur noch julius und jan hallo ja ich habe direkt mal einen ofen gemacht und werde jetzt erstmal ein bisschen eisen ich kann dir direkt noch eisen und ich habe euch gefunden ja genau kannst du mir die erste eisenspitzsacke bitte machen ich brauche ja macht ja weil ich uranium abbauen also martin also wir sind haus noch überlegen ist ja jetzt schon klar ja es ist nicht schlimm ja julius hast du eigentlich die ganze sachen mit geschleppt ja hab ich gemacht perfekt dann stell dir hier mal auf hier nochmal den anderen teil der höhle weil da gab es noch massig eisen und kohle und so ein kram ich baue jetzt erstmal das uranium ab wo julius ist ja gerade ein bisschen zinn gemacht hier rubin ohne ende und da ist doch irgendwo noch gold dahinten und das ist ein zombie in zum band das war ich mal wieder da ist eine karotte gedroppt ja man direkt eine karotte aber übrigens sie muss die slime bälle jetzt gibt mir mal gerade feuerschutz wenn man nicht sprintet ist das für den hunger das ist ja klar aber ich habe ich bin so ein fauler sack ne ich brauche das immer also geil wir haben schon direkt neuen gold erz vielleicht finden wir sogar dias das wäre richtig nice ich bin auf ebene 28 hier ist ein haufen gold und zeug alles voll aber ich glaube ich habe Quarz gefunden noch geil ich habe dieses komische wie heißt das bläuliche das ist nikotin und nikotin ich bin noch ein totaler warte mal wann habe ich überhaupt angefangen aufzunehmen 20 uhr ne jetzt sind ja irgendwie so ein lied oder so l e a d l s d oder so warum ist das hier schon wieder dunkel ist das ist doch dreck das ist doof ist ich kann nur kohle und eisen fahren hier ist so viel zeug ich nehme mal das ganze was mit rohstoffen zu tun hat nämlich hier mal raus ne ja gut flint ist auch ein rohstoff eigentlich das wichtige ist dass wir betten könnten also betten müssen wir also wir müssen wollen also ja oder wir spiel töten da ganz viele spinnen aber das ist auch irgendwie dreck drei spinnen jetzt habe ich ja was soll ich euch machen soll ich euch mal ich brauche eine spitzhacke ja ich werde dir mal eine eisenspitzhacke wäre nice ja ich mache euch welche ich habe hier so viel uran das ist also julius hier hast du direkt deine eisenspitzhacke für dich persönlich angepasst die wird ich bin ja ich bin da wo du wirst du merkst du selber danke ja kein ding es braucht eine schüssel weil ich habe ich dachte ich habe die alles gefunden ja das wäre richtig kräftig gewesen aber es war wieder nur nikotin wie steht wie steht wie steht reik ähm was haben wir so noch körper haben auch nein die haben die jahre scheiße hat jemand noch ein leder Spawner alter was sind das für ohne witz jetzt bin ich defy auch leute wo seid ihr kohle ja ich habe auch was ich habe ich habe so ein so ein so ein minensystem oh geil verrat den bloß nichts davon minensystem und schluch was wie geil oh gott komm ey julius wir räumen um wir ziehen dahin warte warte oh geil ja gut fuck oh geil was fucke achso lasch mich total antypter ich nehme deine sachen direkt mit julius ne ja ja mach mal scheiße ich kann die alle nicht mitnehmen ich gucke noch schnell kohle ich komme zurück und nehme auch noch was mit nein warte weil sonst finden wir das wieder nicht ich komme erst zu dir doch ich finde das wieder ich habe ein gutes orientierungssystem glaube ich das glaubst du aber er hätte wenn ich das sage dann geht das direkt in o was war das denn irgendwas ist mir gerade ins Auge gekommen obwohl ich Kopfhörer auf habe ja fuck na also das geht sonst ich sehe euch wo bist du hardcore ach da ich baue mich mal durch ach da bist du ach da bist du ach ich sehe ich weiß wo du bist ich habe die kiste jetzt leer gemacht ok verweck dann komm einfach mit wir gehen nämlich mit allen sachen jetzt zu jan auf dem weg ist noch voll viel gold und so wo bist du ich weiß nicht achso kannst du dich mal hier zu uns bauen ja ja komm ich baue uns nein meine spitzhack ist leer ja ne zum glück jetzt hast du solche menschen wie uns ja hallo 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 ja schenke ich euch ja goll ist nett ok jetzt weiter wir müssen wir müssen vor den Rohstoffe oh geil ich baue gerade noch Quarz ab weil Quarz ist eigentlich auch gut ja hier sind ganz weg noch Rohstoffe oh Eisen yeah aber ich habe keine Spitzsacke hat jemand eine Spitzsacke für mich ja ich habe eine du kannst die haben ja ja hier ich habe da noch eine Eisenpitzsacke für dich extra gemacht auch an deiner Hand angepasst übrigens vielen vielen Dank ja das ist kein Problem weißt du weil sowas mache ich ja sowas mache ich ja Kundendienst ja ja Kohle oh ja Alter ich habe mich so auf das Projekt gefreut ne und jetzt ist ja ich wette das ist richtig geil ich wette das ist richtig geil jetzt soll sie dann so richtig in Fahrt kommen und dann ich wette ich werde teilweise rumbrüllen ich werde anfangen zu weinen voll lachen Alter hier ist alles voll leerz erst mal hier verrottete möchte noch jemand vergammeltes Fleisch hier Julius komm schmeckt übrigens Fleisch ich kann dir ein Steak anbieten ist frisch von gestern ich musste kein einziges Mal irgendwas essen bisher weil ich nicht sprinte ja ne ich sprinte die ganze Zeit geil hier sind Kills ich habe mir die Sprinttaste nämlich auf eine voll schlechte Taste gelegt und dann sprinte ich automatisch nicht weil es keinen Fun macht boah ich habe so viele von denen droht ah ah ich werde angeriffen oh shit ein Creeper oh god ich bin tot ich bin tot was machst du denn oh shit oh god ich will ah ich habe Eisen freigesprungen ich kann eins ich kann eins darf mich aufsammeln was warum ach ich bin voll ah fuck war da irgendwo Lava in der Nähe da war Lava in der Nähe äh oh nein 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 oh shit ich muss hier weg Leute tada mhm das gibt es doch nicht warum und ich springe auch noch voll drauf wenn ich aufnehmen würde auf den Creeper oder was ja oh man ok ich glaube ich habe das wichtigste mitgenommen oh shit mein Schwert ist gleich kaputt und ich bin ganz alleine wieder doch 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 Leute wo seid ihr denn ich bin gleich wieder bei euch wo seid ihr ich bin gleich wieder bei euch wo seid ihr ah ich kann ein Spinnennetz springen ja man Hilfe Julius ich bin gleich wieder tot ja warte ich weiß nicht wo du bist Hilfe oh man ich habe keine Lust zu sterben man Aua ah da ich sehe deinen Namen bleib stehen bleib stehen das ist alles voll das ist alles voll ich kann nicht stehen bleiben ja Julius ich bin ganz in deiner Nähe 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 ok ich glaube ich habe eh alles aufgesinnt oh geil hier ist wirklich fetters darf man erstmal abhauen tu mir leid das ist wichtiger als du OH ich werde angeschossen dann kann ich eine völlig falsche Richtung habt ihr Death Points an? ähm ich glaube nicht weil ich habe ihn an und deswegen weiß ich wo ich gerechnet ah Creeper und alles voll an mir und ach da bist du Julius yo komm mach keinen scheiß was denn was was oh shit du musst mir helfen oh shit Hilfe ich sterbe gleich und ich habe so heftig im Staff ich habe drei Herzen und sterbe gleich wo bist du ich bin wieder da wo ihr eben war naja ich sehe dich bleib stehen ich gebe dir deine Sachen nee du musst mich nur sicher es konnte oh kacke mein Inventar ist auch noch voll ah boah das sind überall Monster Creeper Skelette oh man so ich mit euch kann man hier runter gehen pass auf hier hast du deine Spitzhacke oh shit das ist ein Enderman so oh das hattest du noch wo bist du gleich ich nehme das hier auch noch naja das ist äh und ja ich habe Gold gefunden Leute ich habe Gold gefunden Leute ich habe noch was gebrauchen was ich hier kannst du Steak haben ja perfekt Gold erreichen erstmal Gold ist doch heute ey Leute ernsthaft ich brauche eure ich bin in der Minenschacht oh ich sehe hardcore oh Gott meine Rettung naht glaube ich hoffe ich zumindest oh das ist ein wütender Enderman Leute das ist ein wütender Enderman aber wie viel Gold hier ist ja das ist ehrlich so ja aber das bei Tech ist nochmal Redstone geil geht er weg ich habe Half Life oh das ist schlecht Flint kommt und kriegst du immer wieder brauchst du nicht lass uns mal oh steht da sind Creeper in der Haut ah Jules ist auch schon wieder am rumgammeln das Wasser könnte fertig werden ich würde auch sagen ich würde auch sagen wir nutzen unsere ersten Dias für eine Mining Turtle ja das würde wir auch dafür machen ja auf jeden Fall aber wir müssen uns halt wirklich dann davor überlegen wo wir wohnen wollen und den direkt unter das Haus damit wir einen riesen Keller haben pass auf Jules Creeper ok geh weg geh weg geh weg ich habe eine Bombe rein ach so das Bombe rein geh weg geh weg ah gut boah wäre das nicht hätte das nicht funktioniert dann wäre das nicht gestorben ich wäre locker gestorben locker oh da ist ein Creeper ich glaube wir können uns gleich schon reden ne Atombombe machen Creeper kann alles zerstören in diesem Spiel also ne das das Leben in Minecraft nicht so als Gegenstände ah ist auch egal was bist du gut in sie gehören hä Jules Jules oh Jules Lava ich glaube schon wieder nur sinnlos in der Höhle rum und ich meine wir haben jetzt auch wieder gleich 15 Minuten oh hier ist ein Creeper Jules ja doch ist er sagt so das geht total schnell rum ne ja ja 3 Minuten glaube ich noch fast lass uns mal die Kisten hier aufstellen oh kacken Creeper komm verpiss dich Alter wie man das gehört hat äh Julius ich mach uns mal hier gerade so ne ähm wir müssen gleich Sonnenkollektoren machen oder was meint ihr Sonnenkollektoren was meinst du ne Solarzellen ja aber das dauert auch Arschlangen ne ich glaube man braucht ne Kohle eigentlich ich stelle mal hier die Sachen hin die wir haben ne Kohle, Glas ein bisschen wer hat die Kisten Hardcore äh ich hab keine Kisten ne ich hab auch keine aber ich hab ganz viel Holz sag mir nicht dass ich hier da stehen gelassen ne ich hab die nicht da stehen gelassen ne ich glaube ich hab die hier vorne raus geworfen oh da ist der aggressive Enderman egal der macht uns nix was glaubst du der kann boh alter ich bin ganz woanders nein ich hatte hier grad so ein komisches Herz und das hab ich abgebaut und es ist weg ah hier seid ihr hm oh Pilsuppe solltet ihr erstmal ne Pilsuppe möchtet jemand ne Pilsuppe haben äh na danke ich ich brauch die Kisten Julius ja ja ich hab nur Holz ich kann welche craften ja ne dann crafte ich selber welche ich mach ne Doppelkiste ne jo ach so macht man Boomerang wusste das gar nicht ähm sooo und hier klatsche ich erstmal allen Scheiß einfach rein pack auch alles rein ja ah da sind die Öfen die kann ich ah das Ding brauchst ich ich würd die sagen die Basis die wir jetzt hier haben die sollten wir beibehalten oder aber nur kurz ich will eigentlich ein schönes Haus haben ja natürlich wir machen so ein richtig fettes Haus ey Jules sollen wir mal versuchen den Enderman zu klatschen ok obwohl ne vergiss es dann spawnen wir ja nicht mehr da wo wir wenn dann nach der Folge ok ja kacke ich leute das Akku auf mich nein ok ja wie gesagt Freunde ich sag das jetzt an jedem Ende der Folge wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen da und abonniert mich wenn ihr mehr von diesem sinnlosen Dreck gucken möchtet ja das ist erforderlich das ist total erforderlich ja das Recht und ja Freunde wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und lasst es krachen tschüss habt ihr noch was zu sagen ja tschüss tschüss tsch tsch scheiße schon wieder falsche Tasse gesorgt tschüss